Oh, ich brenn gleich durch. Das Telefon. No, no, Notruf. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuer, Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feuer in der Küche der Feuerwache? Feuer, Alarm. Es geht um Sekunden. Sam, Sam, in der Küche ist Feuer ausgebrochen. Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Komm mit, Elvis. Ich komm ja schon. Stell sofort das Gas ab. Der Gashahn ist zu. Gut gemacht, Elvis. Komm schon. Mein Arm! Dad! Was ist passiert? Bist du verletzt? Au! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Unfall im Kabeljau-Kaffeeopfer ist eingeklemmt. Schwester Flattverständigen, es könnte sein, dass wir Ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Hallo! Hallo, hier! 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 Komm, schnell! Schnell! Oh! Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam, beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich hab den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Hilfe, hier unten! Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! Hilfe! Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale. Wie können wir Ihnen helfen? Oh, Feuerwehrmann Sam, bitte. Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest. Das klingt für mich nach einem Fall für die Bergwacht. Ich nehm den Hubschrauber, Sam. Bis gleich. Verflixter Funkenflug. Jetzt aber los. Hallo Mandy, wo ist Norman? Hallo Mandy, wo ist Norman? Da unten, Sam! Feuerwehrmann Sam, hier unten! Es wird alles gut, Norman, aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ich dir auch helfen kann. Hallo Tom? Wir brauchen eine doppelte Rettungsschlaufe. Kein Problem, Schleife kommt. Äh, ich meine Schlaufe. Hör zu, Norman. Ich komme jetzt mit der Rettungsschlaufe runter. Hab sie! Du musst sie dir über den Kopf ziehen und dann unter deine Arme klemmen, Norman. Ich halte mich einfach fest. Das wird schon reichen. Nimm du nur Schnuffi. Norman! Du musst die Schlaufe richtig anlegen, Norman. Tut mir leid, Sam. Ich dachte, ich weiß, was ich tue. Aber von wegen. Keine Sorge. Ich bin ja da. Zieh uns rauf, Tom! Ein Glück, dass ihr so schnell hier seid. Da oben. Da, Sam! Keine Sorge, Gwendoline. Das ist wirklich ganz leicht. Die Stützen für Jupiter ausfahren! Jupiter steht stabil. Beeilung, Sam! Ich fahre jetzt den Kopf hoch, Sam! Etwas näher ran, Penny! Na, Tiger? Unten ist es doch viel schöner. Hm? Hey, nicht so voreilig. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Klappt doch immer wieder. Alles klar, Penny. Lass mich runter. Oh, danke, Sam. Achtung, Sam. Ich fahre dich runter. Ein Glück. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier, bitte, Penny. Oh, Sam. Wie kann ich dir nur danken? Tiger hatte so schreckliche Angst. Wenn er wirklich Angst hätte, würde er wohl nicht dann dauernd da raufklettern. Ach, Tiger. Er vergisst immer, wie hoch das ist. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten, oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah. Norman Man ist da. Norman! Hör auf mit dem Quatsch. Du bist nicht wirklich ein Superheld. Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam. Hilfe! Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Halt dich fest! Keine Angst, Sam. Feuerwehrmann Sam ist gleich da. Hilfe! Hilfe! Ja, da ist er! Wir sind ein Superheld! Ja, alles gut! Ein Glück, Sam, Penny! Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich habe den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh, nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Mhm. Ja! Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll! Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsmuck, als jeder andere in Pontipendi jemals zuvor hatte. Aber, Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ruf Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Perch! Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny! Sind schon unterwegs, Sir. Da sind sie, Mark. Endlich! Schnell, Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell dir erst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam! Na los, Norman! Zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman! Ich zieh, ich zieh! Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Ufer! Feuerwehrmann Sam! Zum Strand, dort ist jemand eingekleppt. Bereit euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle! Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich hab schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuhen, kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ähm, ich glaube schon. Ja! Danke, Feuerwehrmann Sam! Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da! Er ist weg! So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Cridlington ist da! Cool! Danke, Elvis. Du hast mein Schuh gerettet. Dafür sind die Rettungsscheren da. Zum Retten natürlich. Ich hab den Brenner gereinigt. Jetzt funktioniert er wieder. Aber denk dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendoline. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Singen könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Jetzt aber schnell. Da oben schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby. Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby. Das ist Wollys Lämmchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Danke, Sam. Mein kleines Lämmchen. Oh, Feuer! Ruhe Feuerwehrmann Sam! Feueralarm bei den Flats. Elvis, komm. Nö. Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats. Penny, ihr solltet auch Wiedungs mitnehmen. Geht lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Mom, 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 es hat wirklich funktioniert. Tiger ist im Brunnen. Tiger? Schnell, Mom. Ruf Feuerwehrmann Sam. Oh, Tiger im Brunnenschacht. Wendolins Katertiger ist in dem Brunnenschacht gefangen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Ganz bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolin. Da sind sie schon, Penny. Hallo Penny, hallo Sam. Hallo Tom. Hi Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Da ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy. Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie. Los geht's. Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Oh, lauf, Sarah! Nein! Oh nein! Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein! Die Feuerwerksparty. Da kommen sie! Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helm. Mom! Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein! Du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen! Du doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen. Und zwar im Haus der Flats. Oh nein! Das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. James! Was? Das Wasser. Wir sitzen fest, James. Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Sam, bitte kommen. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay-Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich habe dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah! Das ist ein Seeungeheuer. Aber Norman, Seeungeheuer gibt es doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hole euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman ist vom Kai gestürzt? Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Hilfe! Sam! Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch dich an dem Seil festzuhalten. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. Oh. Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was? Ein Feuer über Dillis Supermarkt? Schnell. Beeilt euch. Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Sam. Könntest du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dillis. Aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell. Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny. Hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. Gut festhalten, Kinder. Hört gut zu, Kinder. Wir steigen jetzt alle hinten aus. Und zwar so ruhig, wie es geht. Ja? Und das soll nun die schöne Strecke sein? Geht's euch allen gut? Äh, ich glaub schon. Gut, dann setze ich den Bus mal auf die Straße zurück und wir fahren zur Schule, ja? Äh, Mr. Evans, da! Äh! Oh, nein! Wir dachten, du liegst im Bett. Wir brauchen Hilfe, Mr. Evans. Rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Gute Idee. Aber mein Handy liegt doch im Bus. Überlassen Sie das nur mir. Ich habe Mikes Handy in seiner Werkzeugkiste liegen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, der Schulbus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Oh. Ponty, penn die Feuerwache an Bergwacht. Wir brauchen dringend Hilfe, Tom. Und los geht's. Der Bus steht an einer schwierigen Stelle, Sam. Aber der Rand der Klippen sieht stabil aus. Verstanden, Tom. Wir sind gleich da. Das Feuerwehrmann Sam. Na gut. Beeilen wir uns. Elvis, befestige das Seil. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Schön vorsichtig. Beeilung, Sam. Die Klippen fangen an zu brückeln. Keine Sorge, Tom. Danke, Sam. Oh, danke. Oh, danke. Oh, oh. Meine Beine. Ich stecke fest. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Du musst ziehen. Los. Das bringt nichts. Hilfe. 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 James? Hilfe. Hilfe. Oh, nein. Was suchst du denn da drunter? Wir wollten so gern sehen, was in der Kiste steckt. Dann ist sie auf mich raufgefallen. Du wusstest, dass es gefährlich sein könnte. Dad hat es gesagt. Stimmt schon. Das ist meine Schuld. Ich hatte ihn überredet. Ach, nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen ihn wieder unter der Kiste raus. Es ist schrecklos. Die rührt sich kein bisschen. Äh, hört ihr das auch? Die tickt ja. Ich muss Hilfe holen. Nein, lass mich nicht allein, Sarah. Ihr wartet hier. Ich hole Hilfe. Hilfe. Keine Angst. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Chef. Von wegen nicht viel los. Da sind sie. Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Ach, da seid ihr ja. Sam, schafft ihr das auch? Na klar, James. Das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, dass vorhin mit dem langweilig... Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ah, ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefangen. Viel Erfolg. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefangen. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefangen. Keine Angst, Dolly! Wir holen dich sofort da raus! Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Hier! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price? Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löscht sofort das Feuer. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Keine Angst, Norman! Sam holt dich da gleich raus! Was habe ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn! Ist dir alles gut? Sam, hol mich bitte hier weg! Meine Lieblingskekse! Bravo, Elvis! Gut gemacht! Oh! Das klingt aber gar nicht gut! Ah! Nein! Ich gehe raus! Feuerwehrmanns-Stil! Ach, das war ein Traum, Gwendoline! Ja, und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmanns-Stil! Nach so einem schmackhaften Mal wird das sogar sehr bald sein! Hohoho! Ach, wo steckt nur dieser Ton nicht gut? Was? James? James! Wo steckst du? Hier! Hilfe! Oh! Bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja! Holen Sie mich hier raus! Oh je! Bleib bitte ganz ruhig, James! Ich rufe Feuerwehrmann Sam! Wir brauchen dringend Unterstützung! Ein Notruf! Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmanns-Stil ist vor Ort! Hier drüben, Sam! Sehr schnell! Gut, da! Ihr steckt irgendwo unter den Felsen! Such, Schnuffi! Such schnell, James! Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden! Gut gemacht, Schnuffi! Bist du verletzt, James? Äh, nein! Nicht ein Kratzer! Mich hat nichts getroffen! Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen! Penny, wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam! Schön, dich hier zu sehen, Criddle! Danke, Sir! Hallo, Sam! Das hätten wir! Das hätten wir! Ich bin nur von Sam, was immer dich bedroht! Sam hilft dir in der Not! Hoppla! Oh, Vorsicht, Norman! Ich weiß, was ich tue, Mom! Ja, du spritzt mich nass! Oh, Norman! Keine Panik, Mom! Ich hisse jetzt das Segel! Oh, Vorsicht! Wir kippen gleich um! Keine Angst, Mom! So, das Segel ist gehisst! Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um! Hilfe! Wir kippen um, Norman! Schon gut, Mom! Das gleiche ich mit Rudern wieder aus! Oh! Jetzt sieh nur, was du angestellt hast! Oh, Norman! Bring mich wieder an Land! Mir wird ganz schlecht in diesem Boot! Ich begreif das einfach nicht! Warum will er nicht fliegen? Tja, Wind ist genug da! Sollen wir vielleicht helfen? Hauptfeuerwehrmann-Stil? Ja, nein! Ich brauche keine Hilfe, Kinder! Ich teste nur, was dieser Drachen hier so alles kann! Das kann ich Ihnen zeigen! Ja, meiner Träume! Oh! Wir sind zu weit draußen! Und es ist zu windig! Bring mich an Land, Norman! Der Sturm wird uns doch umblasen! So windig ist es doch gar nicht, Mom! Beruhige dich! Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman! Das liegt daran, dass ich nur einen Ruder habe! Oh! Oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht! Oh! Vielleicht sollten wir doch Sam anrufen! Anrufen? Oh! Aber das geht nicht! Ich habe mein Handy nicht dabei! Na, dann müssen wir wohl winken! Hilfe! Oh! Hilfe! Hilfe! Meine Mom ist übel! Haltet durch! Ich bin schon auf dem Weg! Ich sehe sie! Los geht's! Hallo! Hilfe! 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 Oh, endlich! Das sind Penny und Sam! Ich übernehme das kleine Segelboot! Und ich übernehme Charlies Boot! Norman, wirf mir euer Tau rüber! Ich binde es an Charlies Boot! Mach ich, Sam! Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg! Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land! Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben! Das war nicht meine Schuld! Das war der Wind! Norman, ich sagte dir doch, dass du eine erwachsene Begleitperson mitnehmen musst, wenn du rausfahren willst! Das hatte ich doch! Komm schon, Norman! Du weißt genau, was Penny meint! Tut mir echt leid! Ich hab euch damit alle in Gefahr gebracht! Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Charlie! Und vielen Dank, Sam! Ach, na, das ist doch klar, Norman! Mach das nur ja nicht wieder, ne? Wenn die Steuerung wieder heil ist, darf ich dann vielleicht auch mal das große Boot fahren? Probier doch erst mal etwas weniger Gefährliches! Lass doch mal einen Drachen steigen! Ja! Beim Drachen steigen lassen kommt man sicherlich nicht in Gefahr! Sandwich, Norman? Äh, ich würde mich hier gern erst etwas umsehen! Du wirst niemals ein großer, starker Junge, wenn du nicht deine Sandwiches aufisst! Nein, Mom, ich bin ein großer, starker Junge! Und ich will mich jetzt umsehen! So ungeduldig, was soll's! Guten Appetit, Trevor! Krabbenpaste! Wissen Sie, Dillis, ich, äh... Wie kann ich da nein sagen? Ah, alles klar! Ich muss da jetzt nur runterklettern und die Münzen einsammeln! Und dann heißt es Hallo Skateboard! Oh, gut! Alles trocken! Und auch nicht zu tief! Ist doch, Kinder, leicht! Hallo? Mom? Hilfe! Greifen Sie zu! Oh, ich, äh... Wer weiß wohl, wo Norman steckt? Hoffentlich ist ihm nichts passiert! Oh, bestimmt versteckt er sich! Das spielt er zu gerne! Und wir sollen ihn dann finden! Norman! Norman Price! Er muss ganz in der Nähe sein! Wollen Sie sich nicht etwas wünschen? Gut, äh... Na dann... Und? Wie lautet Ihr Wunsch? Oh nein, das kann ich nicht sagen, Dillis! Sonst geht er nicht in Erfüllung! Ach, kommen Sie! Nein! Rücken Sie raus damit! Nun sagen Sie ihr schon, was Sie sich gewünscht haben! Und dann holt mich hier raus! Er spricht! Ein redender Wunschbrunnen! Ich bin es doch, Mom! Ich sitze fest! Norman! Ich rufe Feuerwehrmann Sam! Hol ihn da raus, Sam! Oh, das kannst du doch! Selbstverständlich, Dillis! Na los, Penny! Du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unserem Norman! Hör zu, Norman! Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen! Ist gut, Sam! Ich hab es! Ganz vorsichtig, Sam! Oh! Ist der nicht mutig! Ich hab alle Münzen verloren! Das ist halb so schlimm, Norman! Blöder Ball! Was? Hä? Oh nein! Ich stecke fest! Hallo? Hey, kann mir jemand helfen? Ist da niemand? Hallo? Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh! Kannst du dich da nicht irgendwie herausfinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman! Du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöer! Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Lassen Sie mich durch! Geben Sie den Einsatzkräften Raum! Norman Price! Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Stil! Bitte helfen Sie meinem Jungen! Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt! Ja! Oh! Oh nein! Nein, 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 nein! Hilfe! Ja, ich hänge fest! Los! Ziehen Sie! Ja! Oh, nicht da dran, Mister! Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Och, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat Bohren und mein Bein ging zu Bruch. Was? Hauptfeuerwehrmann Stils Kopf steckt ebenfalls fest in demselben Gitter? Aber Sam und Penny sind immer noch weg. Ich bin als Einziger noch hier, aber ich kann doch nichts machen. Oder etwa doch? Jemand ist in Schwierigkeiten. Ich muss etwas unternehmen. Nina, 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 Nina. Da! Das ist Elvis! Quittlingchen? Du meiner Treu! Ich melde mich offiziell zum Dienst. Jetzt und immer! Ach, du meine Güte! Kein Problem, ihr seid da sofort raus. Trevor, ich brauche die hydraulische Schere hinten beim Werkzeug von Venus. Oh ja, ich hole sie. Frauen und Kinder zuerst. Ach, mein kleiner Bengelengel, du bist gerettet. Was ist das? 69, 76, 99, 100. Gefunden! Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman! Sieh dir das an! Eine Leuchtrakete! Wow! Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Und wo hast du die denn gefunden? Sie lag da! Da im Gras! Cool! Zünden wir sie an! Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy! Also, ob das so eine gute Idee ist? Nein! Das ist eine tolle Idee, ja! Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmannsherrn geben. Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit! Ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom. Wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier! Das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy! Du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Was ich tun muss, ist, diesen Knopf zu drücken. Na los jetzt, Mandy! Mach schon! Nein! Du traust dich wohl nicht. Was, Mandy? Feigling! Angsthase! Es geht nicht darum, dass ich sie nicht anzünden kann, sondern dass ich sie nicht anzünden will. Und es ist mir egal, ob du mich für cool hältst oder nicht. Hilfe! Oh! Hör nur! Da ruft jemand um Hilfe! 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 Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen. Na los, Norman! Hilfe! Hilfe! Hier oben! Oh! Das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ich hänge fest! Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman! Moment mal! Was hast du da in deiner Hand? Äh, eine Leuchtrakete. Was? Aber das ist kein Spielzeug! Die haben wir gefunden. Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut. Aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen. Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh! Wird gemacht! Ein super Wurf, Mandy! Wow! Wow! Tja, ähm, schau her. Oh je. Was für eine riesen Aufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja. Ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Ich stecke fest! Norman! Oh, noch ein Notfall. Hilfe! Mom! Meine Füße stecken hier drin fest. Oh, Norman! Was hast du da nun wieder angestellt? Das ist schnell trocknender Zement. Der ist schon nach ein paar Minuten fest. Keine Sorge, Norman. Das haben wir gleich. Norman Price! Was hast du dir nur dabei gedacht? Entschuldige, Mom. Dabei will ich doch nur ein klein wenig Ruhe und Frieden. Das klingt nach einem Rauchmelder. Rauchmelder. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Oh, ich bin der Geist von Ponty, Paddy. Hallo, Norman! Ach, ihr seid gemein. Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden. Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei. Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an. Oh, na endlich! Oh, also das ist wirklich gruselig. So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman. Ha! Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden. Hurra! Ja! Ich werde den Kürbis in einen Geist verwandeln. Perfekt! Wann kommen die anderen denn endlich? Ich habe schon solchen Hunger. Ach, die kommen schon noch, Mandy. Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Halloween. Der Geist von Ponty Pendy wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Uuuuuh! Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster. Und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los. Wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Oh nein. Oh nein. Der Kürbis brennt da. Ruf Feuerwehrmann. Sollten wir wirklich allein rausfahren, Käpt'n Norman? Klar. Die See ist doch ganz ruhig. Und hier draußen kriegen die Mädchen uns niemals. So machen echte Piraten das nun mal. Na ja. Aber ich bin schon so müde. Uuuuh. Ich auch. Ja. Also werde ich jetzt mal ein Piratenschläfchen halten. Ha. 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 Zeit für das Picknick. Ah. Steine. Norman, wach auf. Äh. Was? Kein Wunder, dass der Kopf so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Stein gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Alter. Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah. Ob sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar. Aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen bald aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad. Das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Das Meer mag ruhig aussehen. Aber man kann leicht hinaustreiben, wenn man nicht genug aufpasst. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam. Ich bin der Kapitän und ich sage, wir rudern zur Küste. Aber wir wissen doch gar nicht, wo die Küste ist. Nachher rudern wir noch in die falsche Richtung. Au! Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Sam findet sie schon. Nichts zu essen. Kein Wasser. Was sollen wir denn jetzt tun, James? Also jetzt beruhige dich doch mal, Norman. Die suchen bestimmt schon längst nach uns. Aber das Meer ist so riesengroß, James. Wir sind wie eine winzig kleine Nadel in einem Wasserhaufen. Hä? Hier! 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 Ich zeige mal, wie ordentlich Derek ist. Ist doch kinderleicht. Halt mal. Stinkbomben? Eine falsche Fliege? Und wenn ich mich nicht komplett irre? Eine Springschlange. Der Klassiker. Kleiner, böser Derek. Hinter seiner langweiligen Strebermaske ist er genauso drauf wie ich. So übel ist er anscheinend doch nicht. Hoffentlich kommt er bald wieder, damit wir damit spielen können. Aber er ist schon ziemlich lange weg. Es geht ihm doch gut. Ich hätte das mit den Pontypenny-Falchen nicht erfinden sollen. Vielleicht hat er sich verlaufen. Ihm könnte was passiert sein. Mom muss Feuerwehrmann Sam verständigen. Nur der kann ihn retten. Los, Norman, beeil dich! Los, spring rein, Norman! Hör vorsichtig, Sam! Nach der Karte, die ich ihm gezeichnet hatte, muss er hier sein. Aber er ist hier nirgendwo zu entdecken. Wir sollten die Sirene ausstellen. Vielleicht können wir ihn dann rufen hören. Hilfe! Hallo! Hilfe! Was ist das? Ich glaube, ich kann ihn hören, Sam. Helf mir! Hilfe! Hilfe! Bleib ruhig, Derek! Feuerwehrmann Sam holt dich ganz schnell hier hoch! Vorsicht! Die Steilwand bröckelt schon. Wir müssen ihn schnellstens hochholen. Mit vereinten Kräften. Genauso wie wir als Team deinen Schlüssel geangelt haben. Nur bin ich diesmal der Haken. Passt auf. Elvis, du steuerst die Windel. Und Penny? Du gibst ihm Anweisungen. Kein Problem, Sam! Vorsicht! Nicht ganz so schnell, Elvis. Sam ist fast da. Und Stopp! Perfekt! Derek, du musst dich jetzt an mir festhalten. Wir werden gleich oben sein. Ach, danke. Ja, er hat ihn, Elvis. Zieh die beiden hoch, aber schön gleichmäßig. Hallo? Oh, nein! Hilfe! Ganz ruhig, Norman. Ganz ruhig. Ich komme hier nicht runter. Wollen wir nicht mal selbst mit dir sein? Na, nü, na, na, na. Ja, ha! Die Rettung ist nah, denn Feuerwehrmann James ist da. Ich helfe dir da in Nullkommanichts runter. Oh, nein, ich kann nicht hinsehen. Pass auf, Norman. Du steigst jetzt langsam rückwärts darunter. Ich sage dir, wo du mit deinen Füßen Halt hast. Ähm, nicht so zittern, Norman. Etwas nach links. Du hast es fast geschafft. Ganz super gemacht. Dankeschön, Feuerwehrmann James. Ach, das war doch kinderleicht. Was anderes da mitmachen? Mir wird schwindelig, James. Ich fliege aber gern im Kreis. Jetzt fliegt doch mal ein Looping. Komm, ich zeig's dir. Hey! Pass auf. Oh, weia. Was war das denn? Das sollte eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Das kriegen wir dann nie runter. Wir könnten doch versuchen, den Baum raufzuklettern. Aber der Baum ist viel zu hoch, Norman. Hey, wir nehmen einfach die da. Wenn wir diese Holzstilme ganz hoch stapeln, dann könnten wir vielleicht ans Flugzeug rankommen. Aber ist das nicht gefährlich? Überhaupt nicht. Außerdem, wie willst du denn sonst dein Flugzeug da runterkriegen? Das ist aber ganz schön hoch. Das ist aber ganz schön hoch. Ich komme rauf und helfe dir. Du hast recht. Das ist ganz schön hoch. Das ist alles deine Schuld. Warum habe ich nur auf dich gehört, Norman? Hilfe! Hilfe! Es hat keinen Zweck, Norman. Tom Thomas ist nicht in der Bergwacht. Ich kann seinen Hubschrauber von hier sehen. Da, bei der Feuerwache. Och, so ein Pech. Aber ich habe eine Idee, James. Nein, Norman. Ich habe genug von deinen Ideen. Außerdem ist mir gerade selbst was eingefallen. Dann beeil dich aber. Aber meine Arme tun schon weh. Ich schicke jetzt einfach mit meinem Flugzeug einen Notruf runter nach Pontypandy. Du darfst dein Flugzeug doch gar nicht in Pontypandy fliegen lassen. Aber das hier ist ein echter Notfall, Norman. Eine Nachricht? Oh je. James und Norman sitzen auf einem Baum fest. Wir schicken Tom hin, wenn er dich runtergelassen hat. Ich kann nicht mehr. Aber du musst doch durchhalten. Sieh nur. Da sind sie. Hurra! Festhalten, Norman. Retten wir die beiden genauso, wie wir Dolly gerettet haben? Diesmal gehen wir anders vor. Wir müssen erst Norman retten und dann James. Du holst das Sprungtuch und ich hole die Leiter. Wird gemacht, Sam. Beeilt euch. Ich kann mich hier oben nicht mehr sehr lange halten. Lass dich einfach fallen, Norman. Wir fangen dich auf. Äh. Ah. Wow. Das war spitze. Eine heiße Schokolade, Norman. Norman. Oh, nein. Er hat sein Frühstück nicht angerührt. Oh. Oh. Er muss hier rausgeklettert sein. Oh, dieser ungezogene Junge. Hey, Tiger. Was hast du denn hier draußen zu suchen? Komm, im Boot ist es besser. So, und wo steckt Woolly? Ah, ha. Habt keine Angst, Woolly. Norman ist gleich da und holt euch. Ich sehe hier keine Schafe. Norman? Aber ich höre Dillis rufen. Norman! Hilfe! Mein kleiner Goldschatz ist verschwunden. Könnte es sein, dass er los ist, um Woolly zu suchen? Ja. Er hängt so an diesem kleinen Schaf. Haben Sie keine Angst, Dillis? Ich bin ganz sicher, dass Penny und Elvis ihn finden. Ich halte hier die Stellung und werde ihnen Gesellschaft leisten. Oh, danke. Sie sind so ein Kavalier, Trevor. Aber Norman braucht mich. Ich muss unbedingt mitkommen. Hier. In Ordnung, Dillis. Aber Sie müssen eine Schwimmweste tragen. Penny ruft Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Norman Price ist allein im Hochwasser unterwegs. Wahrscheinlich in Richtung Weide. Fein. Ich halte hier die Stellung. Bitte halte Ausschau nach Tiger, Sam. Das mache ich, Gwendolyn. Das mache ich. So, das wär's. Alle an Bord. Rück mal ein Stück, Tiger. Gleich sind wir alle wieder in Sicherheit. Nur noch die Ruder. Hey, ihr dürft nicht so wackeln, ja? Gleich habe ich es. Ah, nicht! Hilfe! Hallo! Uli! Komm zurück! Die Junge überwacht! Soll ich diese Gegend nochmal überfliegen, Sam? Nicht nötig. Siehst du, da unten ist er. Sam ruft Penny. Norman ist mit einem Ruderboot bei den Wiesen. Er ist ins Wasser gefallen. Beeilt euch bitte. Alles klar, Sam. Hilfe! Hier bin ich! Hier! Mom! Mom! Oh, mein armer, kleiner, nasser Liebling. Alles wird gut, Norman. Wo ist Woolli? Oh, ein Glück! Oh, ein Glück! Wer wäre, mein Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not! Wooll médico hinter dem Wenn im Hier bin ich da im Und, ich bin dran 生fakt! Der rausgezwond! Vor eyes auf hil greatly, jakby missau去!